Musik Wir schreiben das Jahr 2021. Dies sind die Geschichten des Polaroid-Autoprozessors, der über 40 Jahre unterwegs war. Neue Filme entwickelte und Bilder sah, die nie ein Mensch zuvor gesehen hatte. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Aperture 1.4. In dem Video geht es um Polaroid-Sofortbildfilme für Kleinbildkameras. Die hat die Firma Polaroid bis Anfang der 2000er Jahre hergestellt. Und das gleich in drei verschiedenen Varianten. Zum einen gab es einen sogenannten Polachromfilm. Das war ein Diafilm, ein Farb-Diafilm, der wahlweise mit 12 oder 36 Aufnahmen geliefert wurde. Dann gab es einen Polar-Graffilm. Auch wieder ein Diafilm, diesmal schwarz-weiß und mit hohem Kontrast. Der hatte 400 Aser oder ISO. Und dann gab es den Polar-Pan mit 125 ISO. Das war ein schwarz-weiß-Diafilm mit normalem Kontrast. Und diesen Film habe ich gestern belichtet. Und ich wollte heute in dem Video euch zeigen, wie man so einen Film entwickelt. Und wenn wir Glück haben, sehen wir auch ein paar Bilder, die ich gemacht habe. Ich muss dazu nämlich sagen, die Filme sind natürlich alle schon über Jahre, teilweise Jahrzehnte abgelaufen. Und ich hatte bisher einige Polachromfilme versucht zu entwickeln. Das waren vier oder fünf. Und da muss ich sagen, das hat nicht mehr funktioniert. Die Entwicklungspaste, die bei den Filmen dabei ist, die ist so bröselig geworden. Die konnte sich nicht mehr über den Film legen und der Film konnte nicht mehr entwickelt werden. Ich hatte gute Erfahrungen gemacht mit Polar-Graph-Filmen, da hat es tatsächlich funktioniert. Und heute probiere ich das Ganze mal mit dem Polar-Pan-Film aus. Ja, was liegt alles in dem Pack dabei? Natürlich der Film, der kommt in eure analoge Kleinbildkamera rein. Da macht ihr tolle Bilder damit, kommt nach Hause und könnt den Film direkt entwickeln. Und zwar entwickeln, ohne dass ihr eine Dunkelkammer benötigt, dass ihr verschiedene Flüssigkeiten braucht, dass ihr euch die Hände dreckig machen könnt. Obwohl unter uns, das macht ja immer Spaß in der Dunkelkammer. Aber bei dem Polaroid-Sofortbildfilm braucht ihr das nicht. Es liegt in dem Pack. Hier liegt noch etwas dabei. Das ist der sogenannte Entwicklungs-Pack. Und der ist immer spezifisch auf die Filmart abgestimmt. Also hier für den Polar-Pan, hier wäre einer drin für den Polar-Graph und hier für den Polar-Chrom. Und eure Dunkelkammer, das ist das hier. Das ist der Polaroid-Auto-Prozessor. Den gab es in verschiedenen Varianten. Ich habe hier eine Variante, da muss man noch so ein bisschen wenigstens was tun. Man muss nämlich kurbeln. Ich zeige euch später, wie das geht. Dann gab es diesen Polaroid-Auto-Prozessor noch elektrisch. Da muss man gar nichts machen. Klappe auf, Pack rein, Film rein, fertig ist. Ich nehme hier den manuellen, mit dem bin ich bisher sehr gut zurechtgekommen. Und dann schauen wir uns gleich mal an. Und ich hoffe wirklich, dass hier irgendwas drauf ist von den Fotos, die ich gestern gemacht habe. Ja, viel Spaß und mal gucken, wie das hier geht. Dafür wird zuerst der Auto-Prozessor geöffnet. Da gibt es den kleinen Knopf hier. Dann kommt der Entwicklungs-Pack. Der wird hier reingeklemmt und zieht schon mal so ein bisschen diese Lasche hier raus. Gucken, dass man da nichts kaputt macht. So, die kommt hier rein. Lasche wird rausgezogen. Hier die kleine Abdeckung, die wird hochgemacht. Dann so weit rausziehen, bis ihr die Lasche hier drin einrastet. Nun kommt der Film. Die Lasche habe ich ein bisschen weiter rausgezogen. Das Ganze wird hier drunter geschoben. Der Film hier einfach schön locker eingelegt. Und dann seht ihr hier diese beiden Kerben. Und die müssen hier richtig reingedrückt werden, einrasten, damit der Film gut weitertransportiert werden kann. So, das ist drin. Dann Klappe schließen. Anschließend wird der gesamte Deckel geschlossen. Jetzt drehe ich den Pack mal ein bisschen um. Machen wir hier die Kurbel mal parat. So. Was ihr auf jeden Fall noch benötigt, wäre eine Stoppuhr. Film liegt drin. Chemikalienpack liegt auch drin. Beides hat ungefähr Raumtemperatur. Jetzt wird der Chemikalienpack geöffnet, indem diese Lasche hier runtergedrückt wird. Wop. Jetzt steht hier, bitte wartet 5 Sekunden. Wir warten etwas länger, da ja die Chemie schon älter ist, der Film älter ist. Einfach ein bisschen länger warten. Vielleicht so 15, 20 Sekunden. Und dann geht es erst weiter. Nun haben wir lang genug gewartet. Nun wird gekurbelt in Pfeilrichtung. Hört sich gut an, dieses Klackern. Einfach langsam kurbeln. Bei dem vollautomatischen Prozessor geht das von alleine. Hier müssen wir noch Hand anlegen. Kurbeln, kurbeln, kurbeln. Und ich drehe immer noch. So, da ist das Ende. Nun stellen wir die Stoppuhr an. Ihr seht hier, normalerweise bei Raumtemperatur 60 Sekunden steht. Auch auf den Verpackungen von den Filmen immer drauf. Aber wie gesagt, das Ganze ist ja schon etliche Jahre überlagert. Sodass ich jetzt nicht 60 Sekunden warte, sondern mindestens das Doppelte. Ich hatte bisher gute Erfahrungen gemacht, wenn ich 2 bis 3 Minuten die Schwarz-Weiß-Filme habe entwickeln lassen. Die knapp 3 Minuten sind vorbei. Nun wird hier dieser Hebel, den ich eben ja schon mal betätigt hatte, wieder in die andere Richtung betätigt. Und der Film wieder in sein Gehäuse zurückgespult. So, dann mal schauen, ob es geklappt hat. Zack, hier ist der Film. Jawohl, ihr könnt es wahrscheinlich nicht erkennen, aber es ist was drauf. Der Film wurde entwickelt. Ja, super. Prima. Herzlichen Glückwunsch. Ein Polaroid-Sofort-Bildfilm ist richtig entwickelt worden. Ich bin begeistert. Ja, super. Also Leute, wenn ihr die noch bekommt, dann kauft euch auch so ein Produkt. Nehmt am besten einen Polarpan oder einen Polagraf. Ab 2004 würde ich mal sagen. Meine persönliche Empfehlung, ja, wie ihr schon gehört habt. Und dann macht schöne Bilder, entwickelt den direkt, solange es die Filme noch irgendwo Gebrauch gibt. Und habt einfach Spaß dabei. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Abonniert den Kanal. Da werden sicherlich noch weitere spannende und interessante Videos rund um die analoge oder auch die Hybridfotografie kommen. Viel Spaß für euch noch beim Fotografieren und bis demnächst. Tschöö. Tschöö. Tschöö.